so hallo wieder hier ist wieder diesel nachrichten news und zwar folgendes es gibt was neues im shop im ingameshop genauer gesagt und ich werde es hier unten mal einblenden und zwar unten links kommt ja was war das noch mal also 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 das war's kostüme neue kopfkostüme unten links männlich kopfkostüm und unten rechts kommt dann das weibliche kopfkostüm mehr dazu weiteres im ingameshop unter taste im spiel abrufbar vielen dank fürs reinschauen und zuhören tschüss